mein sleep score ist angeblich exzellent die gartenarbeit ist immer noch da verstehe ich nicht die alte der elefant oben ist auch da und die trampelt da vielleicht wieder rum also und ist die da liegt schon wieder was von der weihnachtsbeleuchtung oben im garten da habe ich gestern schon wieder was vor die tür geschmissen die haben da so kugeln aufgehängt und die landen regelmäßig im garten naja letzter freier tag wetter okay es ist bedeckt aber trotzdem irgendwie super grell also ist keine dicke wolkenschicht und es soll heute auch irgendwann dann blauen himmel geben so getankt habe ich gestern nicht vielleicht meine ich das noch vielleicht vielleicht mal zum meer muss ich alles mal sehen ist mir jetzt mal kaffee und dann der schedule ist so voll geworden da war kein einziger flug morgen drauf und übermorgen und jetzt ist der schedule voll das heißt wahrscheinlich mal um fünf aufstehen sieben mal fliegen so sieht es aus wenn ich denn mal eins bin aber wenn der markus heute für sieben fliegt und komplett voll in die einzige insel komplett ausgebucht ist ein bisschen komisch das wetter ist okay heute kann geflogen werden alle flüge finden statt jeden tag habe ich jetzt irgendwas im garten liegen die blöde beleuchtung so ich weiß man es mir jetzt nicht eine halbe stunde hin guckt den surfer und so und dabei wieder nach haus da war ich wenigstens mal draußen ja das hier aussieht mit den pflanzen dass die tondras schon geiler so das immer es sieht so aus würde das stimmen im winter da sind die teils so dass sie unheimlich viel sand angespült wird diese steine da die waren komplett aus dem wasser und hier war überhaupt kein sand ich muss nachher auf dem rückweg immer den einen stein da hinten checken den ich immer so als referenz genommen habe ansonsten ist das wasser natürlich relativ trüb nicht so trüb wie ich gedacht habe und die wellen sind auch wesentlich kleiner als ich gedacht habe keine surfer im wasser da sind so zwei bodyboarder die versuchen es gerade sind gerade erst gekommen aber es sind halt einfach keine wellen hier machen sich drei mädels fertig zum schnorcheln eventuell ich habe meine schnorchelsachen mit probiere ich tatsächlich auch meine schnorchelsachen aus obwohl man sieht ja hier wie türkis das wasser ist das alles sand und trüb so ich glaube es war es eine stunde war ich jetzt hier die earbuds habe ich mal ausprobiert ist okay ziemlich gut so ist er war ich noch zurück tanken stau habe ich wahrscheinlich schon was anderes möchte ich hier gibt es echt leute die die surfen gehen das ist die perfekte anfängerwelle eigentlich obwohl man da zwischendurch ganz schön lange warten muss bis da eine welle kommt ja schnorcheln gehe ich nicht mehr der diese küsse da muss man 50 100 meter rausschwimmen bis das nicht mehr trüb wird da gibt es noch bessere gelegenheit so zu hause dann mal eine aloe vera ernten zitronen vorbereiten kaffee und so weiter sketch ist natürlich noch nicht draußen aber das wird auch in den nächsten zwei stunden passieren da weiß ich bescheid ob ich um fünf uhr raus muss oder um sechs wahrscheinlich im fünf aber hohen aus eigentlich kann ich habe noch immer ganz knapp über halben tank wenn ich nur dreimal arbeite was möglich ist und wahrscheinlich dann reicht es von daher habe ich keinen bock bei 30 grad einkaufen zu gehen fahr ich direkt nach hus und dann ähm wie geplant bereite ich das woche morgen und dann gibt es salat mit hühner vorderwein ja ja und dann ja müsste man muss meine sonnenbrille irgendwann ankommen heute noch ist sie nicht geliefert worden aber die ist heute morgen um 11 uhr out for delivery also die kommt auf jeden Fall an der OPS mann war da ich weiß nicht ob die das richtig gemacht haben also das gute ist wenn man bei revend bestellt dann sind das über hier schwarze gläser weißt du und da ist nichts drauf einfach nur schwarz und das gestell ist auch nicht mehr so wie es mal war das ist das ist so ein bisschen matt und ist so ganz so mini minimal rau die neue sonnenbrille weil die halt von ray-ban ist die hat das ray-ban logo auf den sonnenbrillengläser und ähm ja die ist halt glatt die glänzt und hier steht polarize drauf obwohl die nicht polarisiert ist und die modellnummer ist ganz klein wenig anders also ich sehe mit der glaube ich nicht so scharf und das licht ist natürlich durch die blaue linse warm ich meine das war mir vorher klar ich weiß nicht ob man sehen kann hier ist es mir der weiß noch durch die neue wird das aber sieht gut aus glaube ich ich meine ich habe sie 62 dollar wert war weiß nicht mal auf jeden fall dran gewöhnen an die brille mal gucken ob ich damit morgen meine runde fliege ist auf jeden fall komisch die stärken die haben auch seine karte dazu gelegt ja und auf der karte steht drauf was die verstärken benutzt haben und das sind nicht die stärken die ich angegeben habe das verstehe ich jetzt gerade nicht also hier steht auf 0 7 7 das sollte doch zwei sein also die farbe gefällt mir ganz gut wie man dadurch sieht weiß ich noch nicht so genau ein glück habe ich eine reminder gesetzt für das zoom meeting das läuft gerade das krass was da hier für statistiken gerade vom stapel gelassen werden was die leute so ausgeben hier pro urlaub wofür und wie die inflationsrate sich entwickelt hat 45 46 prozent der ganzen ausgaben geht für hotel drauf hier und das war vor zehn jahren nur 35 prozent ja alles ist nach oben gegangen die ganzen preise average spend a day in 2010 war es 120 dollar jetzt ist es 220 dollar oder 230 sogar naja auf jeden fall ist oahu die stärkste base zur zeit das war ja immer kuai aber bei uns ist am meisten los und wir toppen die die vergleichen die jahre immer mit dem letzten jahr und 2009 10 also pre covid auf jeden Fall interessant ja das war ein interessantes meeting war ganz schön lang und so jetzt muss man alles vorbereiten habe ich noch nicht gemacht ähm die sonne geht gleich unter und ob ich morgen die nummer eins oder nummer zwei gewesen wäre es wäre egal gewesen ich muss auf jeden fall um fünf voraus ich bin morgen die nummer zwei ich fliege um acht um neun um zehn um elf von nummer eins und der markus hat noch zwei weitere flüge am nachmittag der fliegt siebenmal ich fünfmal bisher ist so trotzdem knackiger tag und das wetter soll einigermaßen werden sommer abbekommen glaube ich aber es kann auch die kamera sein so jetzt glaube ich erst mich noch 200 beine geduschen bereite das vor und dann gucken und filmen und dann beginnt morgen meine arbeitswoche von drei oder vier tagen und morgen gibt es auch schon wieder geld nice mal gucken ob die da was korrigiert haben mit den extra tagen vom letzten mal oder nicht so der noah hat mich auch gefragt per text message ob ich am zweiten einen extra tag haben will zweiten 2. januar oder was kann ja nur 2. januar sein klar extra tage nehme ich mit why not ok auf geht's zumindest war ich heute mal mehr aber ansonsten war nicht so aufregend wieder ich habe einen kommentar unter einem meiner youtube videos gehabt das wäre der langweiligste kanal auf youtube und der unnötigste aber wie gesagt der kanal ist eigentlich nur für meine eltern das war der plan umsprünglich damit die auf dem laufenden bleiben was dir so geht knapp 6000 meilen entfernt aber gut man kann es nicht jedem recht machen beziehungsweise ist es ja auch meistens ziemlich langweilig muss ich ja zugeben so dusch mache ich nochmal gucke ich mir jetzt für serien an 8 uhr alles vorbereitet viel gegessen habe ich nicht mehr und jetzt geht es gleich ab ins bed das wird mal wieder eine sehr kurze nacht zum flug drauf gekommen das heißt ich habe morgen auch sechs flüge und wahrscheinlich mit dem einzigen unterschied dass ich nur eine pause zwischendurch habe vor dem letzten flug so ja morgen freitag das heißt der stau sollte nicht übermäßig sein aber trotzdem stau auf Amazon habe ich noch das eine oder andere bestellt da kommt noch einiges an in den nächsten zwei wochen mal gespannt und ich hoffe ich komme morgen morgen durch die Türen durch DJ müsste morgen da sein und es müsste eigentlich klappen also zum sicherheitsbereich vom Flughafen aber who knows garg man mein g da du du Vielen Dank.